hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge oh der hat hunger sieht er mal so eins dann kriegt er noch so welche zu minecraft village wir sind wieder mit am start und wir haben jetzt die anderen in stummt nationell nimmt währenddessen auch noch mal eine folge auf was hat mir nicht dass der server wieder backt wäre die reinste katastrophe ich würde sagen ich schenke ihm mal hier ein bisschen licht dass es nicht so dunkel hier ist und er tut holz hat nicht bekannte überlegen soll ich meine hütte bauen oder was soll ich machen das ist natürlich eine gute frage ich habe noch ein bisschen erde mal kurz so so das loch beseitigt soll ich was bauen der stress da muss ich wohl hinlaufen bämm hmmm haus bauen ich weiß nicht mal mal was für ein haus ich bauen sollte so ein standard machen was ihr hier baut mx ach komm bauen wir einfach ein standard haus dann mal überlegen das andere holz müsste auch hier drin sein hier haben wir noch ein bisschen was hier hätten wir noch ein bisschen blicke türen haben wir ja auch hier ist nicht schlecht ne doch nicht dann gehen wir mal wieder hoch ignorieren mal dass es dunkel ist wenn wir sterben ist es nicht so schlimm machen wir das mal so ich würde sagen wir fangen hier an das heißt wenn man so ja machen wir das so einfach dann gehen wir hier einfach nach hinten ja was natürlich ein riesenhaus so groß brauche ich es eigentlich gar nicht scheiße das ist ein bick so großes haus brauche ich nicht das sollte ein bisschen kleiner sein aber das einfach noch mal weg noch ein bisschen noch ein bisschen noch ein bisschen mit dem häuserbau da habe ich es auch nicht so drauf und skelett mies jetzt sage ich baue einfach hier lang so perfekt stimmt das so? ja so würde ich es lassen dann gehen wir noch so und so zurück dann sind die häuser von mir unten schnell halt kleines bisschen sich ähnlich aber das ist ja wohl scheißegal das juckt ja sonst kein also mich zumindest nicht und so gut bin ich jetzt auch wieder nicht im bauen bei minecraft so so machen wir dann noch nehmen wir noch eiche kommen wir nehmen eiche das ist auch perfekt eiche 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 liebe freunde es hat geklingelt da muss ich mal kurz dran wir sehen uns nach einem kurzen cut wieder so meine lieben freunde es geht wieder weiter ich kann von glück sprechen dass ich nicht tot war ist mir auch erst später eingefallen aber wenn es klingelt muss man da natürlich gucken wer es war so ich bin schon ganz außer puste ich hoffe es stört nicht so sehr ja das passt doch eigentlich so perfekt nehmen wir mal kurz gucken hier und hier ja passt jetzt nicht ne dann wäre hier mein eingang und ja dann mach ich das einfach so ganz ehrlich passt schon zack zack jetzt weiß ich nicht soll ich eine etage machen soll ich zwei etage machen ich glaube eine etage reicht ich muss hier gucken ja doch dann muss dann noch eine schafft das perfekt wieso könnte gar nicht laufen doch besser kann es laufen so 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 und dann müsste stimmen dann ist mein raum so hoch joo natürlich hier ein fenster so 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 ja natürlich das war klar es passt natürlich wieder nicht mal mal so ein bisschen künstlerisch hier mal so ne passe auch nicht aber so einer fenster das ist doch scheiße aus so 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 weil hier am hause ist es nicht so wichtig ob ich jetzt zu den nachbarn reingaffen kann oder nicht das juckt ja keine sau nur noch so und so brauche ich hier einen ausgang ne aber zu so so oder könnte ich auch schon machen und da habe ich es schöner mit diga naja muss man noch gucken wie es mir gefällt mal was gleich hier drüben hier mal gucken das geht bis da das geht bis da ich hätte halt hier gerne noch eine türe da drin dann habe ich hier so einen kleinen garten dann machen wir das gleich so kommen es wirkt ja wohl keinen machen wir so schlitzdinger schon oh da wird das holz wieder knapp da muss ich wieder ernten gehen mir gefällt ja ehrlich gesagt dieses ganz dunkle holz ja aber dafür gibt es doch gar keine bäume das kannst du nur im kreativ modus benutzen das ist natürlich scheiße sagen wir es mal so ist einfach nur scheiße aber ich hoffe ja what the fuck es geht bei dir ab springen wir doch nicht in die bäume rein ob ich noch ein paar zlinge habe habe ich auch die setze ich mal dann drüben dann hin so 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 halter wie das hängt je was ob ich hier so rum jumpen kann ja es leckt halt jetzt ein kleines bisschen aber das ist in dem fall jetzt auch scheißegal dann hoffe ich mal dass hier was wächst das auch wieder weiter gehen kann dann muss der halt dran glauben was macht denn da ich gehe mal auf spionage tour hier wir wurden gesehen wir wurden gesehen und gucken wir mal das ist in dem fall ich gehe mal auf das ich gehe mal auf das jackel ist gut da haben wir noch ein schwein das kind mit dem eisenschwert das überlebt hallo ich habe schon wieder holz das heißt wir bauen weiter da oben ist ja noch ein haufen so jetzt die frage was mache ich für ein dach kill kommando woher ich kann ihn darunter schlagen das macht er da ich muss meine macht zeigen dass das wie bei hunden ich muss mein revier markieren das ist ein baufehler sondern aber das ignorieren wir jetzt mal dann wollen wir hier noch eine etage drauf jetzt geht mir schon wieder bald das holz aus und ich habe eine schaffe in der bude da kommen wir gucken wie das aussieht einfach mal so und jumpen hier mal feucht fröhlich runter gefeucht ich habe birkenholz hoffentlich sieht das dann nicht scheiße aus was man dir sieht scheiß aus oder nicht meine haus schafft darf nicht abhauen gut dass ich noch türen habe so wollte sie das scheiß aus von hier ja meine lieben freunde ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge bei let's play minecraft village bis dahin meine lieben freunde tschüss 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 Vielen Dank.